Servus Leute, herzlich willkommen von Malle und wir machen hier gerade einen Vlog. Ich und Simon, ein Kumpel von mir sind hier im Urlaub und zwar ist da unten ein Vogel oder ein Totang, keine Ahnung was das für ein Viech ist und eine Katze, das ist richtig schön und jedenfalls wird es in diesem Vlog Cinematics geben, ganz viel von Malle und ich werde immer mal wieder ein paar kleine Zwischensequenzen reinhauen, wo ich rede, wo wir gerade sind und ich hoffe, dass ihr jetzt Spaß mit dem Video habt. Servus Leute, ich bin jetzt am Strand, mir ist Kampelschuh runtergefallen und jetzt geht es nochmal ein bisschen an den Sonnenuntergang. Wir versuchen ein bisschen krankes Zeug zu shooten und wir sehen uns. Wir suchen uns. Wir suchen uns. Wir suchen uns. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Why did you leave without saying goodbye? You will always be my lullaby Why did you leave without saying goodbye? You will always be my lullaby Why did you leave without saying goodbye? You will always be my lullaby Der ist noch andersrum mit der Sonne in die Flöcke. Hallo? Ja, Ruhe! What's up? Die Reposition ist hier, Ruhe jetzt im Stadion. Da ist Luft. Okay. Schau mal so, als ob du ein Foto ausmacht. Ich fühle mich sowieso nicht so schwach. Ja. Ja, scheiße. Warte, ich muss gleich nochmal machen. Wieder ein bisschen dunkler. Das muss jetzt dynamisch gehen. Ich werde jetzt Profi, Niklas. Das ist ja jetzt hoffentlich klar. Ich bin jetzt seine Kameramann. Ja, ja. So. Nochmal schön von unten. Ja, nochmal von unten. Und Action. Gar kein Problem. So dunkel hier sieht man ja gar nicht. Ah. Was ist das? Warte, warte. Ich muss erstmal checken, was ich hier für ein Geldstück habe. Ja, ja. Jetzt bin ich bereit. Ja. Zeig. Halt. 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 Ich muss die Arme noch so im 90 Grad Winkel machen. Nee, nicht in den 90 Grad Winkel. In dem anderen. Wo wir immer die Berge gesehen haben. 90 Grad. Dass deine Achse 90 Grad zeigen. Arme ausstrecken. Ja, richtig. Und jetzt zu den Bergen. Bitte. Jawoll. Die Adlerpose. Tee, Alter. Jawoll.